Mein Name ist Petra Niedhammer, ich bin Zimmermeisterin und führe unseren Holzbaubetrieb, der mittlerweile schon 24 Jahre alt ist. Unser Mitarbeiterteam ist uns hier genauso wichtig, auch die halten an Tradition fest. Wir haben natürlich heute keine Luft mehr zum Schaffen an, wie man sie früher angehebt hat, aber die Zimmermanns Hosen und unser Wichtigstes, unser Meterstab und Bleistift, haben wir trotzdem alle immer mit dabei. 200 Tonnen Presskraft. Können wir bis 12 Millimeter stark schneiden? Also wir sind jetzt hier gerade dabei, Motorblöcke, reproduzierte Motorblöcke von einer Porsche 956 zu bearbeiten. Die Teile sind fertig aufgespannt, können wir bearbeiten. Um, wenn wir das Hillen Das müssen wir anders suchen, ja. Meine Zweigstelle West lagen noch gleich hier. Ah! Komm, kriegst du auch. Das heißt, du hast ja so.